So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich erhalte eine Mention of Power, Kondition oder Schilde durch Spieler-Eliminierung. Diese Aufgabe ist definitiv nicht alleine machbar. Ich habe mir jetzt einfach ein paar Abonnenten geschnappt, einmal Killer-Nator, einmal Du hast keinen Elm und einmal Fire-Dragon. Die drei warten schon mal, genau, das ist ein schöner Emote, einfach winken. Kein paar Lava machen, wir gehen jetzt auch direkt rein. So, wie ihr seht, haben wir die tausend Abonnenten leicht schon übertroffen. Erstmal Gruß an alle Neuen. Wie gesagt, ihr werdet auf dem Kanal halt wirklich immer alle Aufgaben finden. Außer ich bin im Urlaub oder liege im Krankenhaus oder, keine Ahnung, Hand abgehackt oder Finger gebrochen. So, dann ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du immer noch kein Abonnent bist, dann jetzt gerne dein Abo raushauen, kostet dich nichts. Wie du siehst, wir wachsen ein wenig. Okay, jetzt bin ich bei 1040 Abonnenten, Gruß an die anderen Neuen. Dann werde ich heute noch definitiv einen Livestream starten, wo ich definitiv noch einen Skin verlosen werde. Also, wenn du in Zukunft einen Skin gewinnen willst, einfach auf jeden Fall schon mal eine Freundesanfrage schicken. Nämlich an yt-familyhack. Weil ich kann auch selbst heute nur denen einen Skin verschenken, die schon zwei Tage mit mir befreundet sind. Also, die, die jetzt erst mein Freund werden, haben in Anführungszeichen Pech gehabt. Aber bei der nächsten Verlosen könnt ihr ja dann teilnehmen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, ein Abo da zu lassen, Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch nichts, wann ich irgendwie den nächsten Skin verlose. Weil ich werde es halt immer in den Aufgaben irgendwo erklären. So, dann hoffe ich mal, dass das jetzt hier klappt, weil die ersten Aufgaben waren ja relativ verbuggt. Und irgendwie hänge ich hier in der Kiste fest. Aha, ich wollte schon sagen, wenn das jetzt schon wieder hängt. Die Aufgaben, die haben mich bis jetzt schon zwei Stunden Zeit gekostet. So. Jetzt hoffe ich, dass ich Konditionen bekommen habe. Ich muss mal gerade drauf achten. 30 habe ich jetzt. Da komme ich in der nächste. Das bauen kann ich ja auch nicht. Ach, er hat das Spiel nicht verstanden. Ah, ja, ja, alle auf mich. Ist klar. Mit mir kann man es ja machen. Das war es wieder komplett. Aber ihr seht ja, die Kondition zählt. Das heißt, endlich funktioniert der ganze Modus an sich. So, wo drin? Da ist einer. So, Leute, ich habe eigentlich keinen Bock jetzt da unten von euch gekillt zu werden. Aber die Waffen sind natürlich auch Weltklasse. Also da haben sie sich die besten Waffen einfallen lassen, die in Fortnite existieren. Ich meine, die Schrot ist ja noch okay, aber da hört es ja noch schon wieder auf, was der Revolver da soll, weiß glaube ich auch kein Mensch. Es schleckt überhaupt nicht. Er kriegt einen 66er-Schaden nur. So, wenn ihr eure Aufgaben gemacht habt, könnt ihr mich auch gerne mal die Kills machen lassen. Das wäre sehr nett für euch. Oh, acht. Die Scheiße ist, dass man hier einfach nicht bauen kann. Wo ist er denn nun geflogen? So, jetzt brauche ich noch insgesamt drei Kills. Er lädt einfach eine Stunde nach. So, jetzt noch ein Kill. Und dann haben wir die Aufgaben nämlich auch geschafft. Das ist mir schon die Frage, wo die anderen alle sind. Ja, er kommt aus dem Hinterhalt. Man kennt ihn. Hauptsache Magen gehittet. Komm, komm, ich weiß, dass du hochkommst. Ja, von hinten. Das könnt ihr gut, gell. Von hinten. So, ein Kill noch machen. Und dann haben wir den Trops gelutscht. Ja, Aim ist da. Alter. Ach, ich hab Zeit. Ach, das kann doch nicht wahr sein, oder? Machen wir hier nur Hitmarker, oder was? Ein 30er-Hit nur. Das war's wieder mal. Ich krieg den Kill noch hin. Ja, danke. Aus zwei Meter Entfernung. So. Wo sind denn die Schlingel? Hä? Bis wohin ist er denn geflogen? So, das war aber jetzt mal endlich der Kill. So, damit haben wir die Aufgabe geschafft. Ihr seht ja, 25.000 dp. Erstmal Dankeschön an alle anderen. Kommt mal grad zu mir hier hin. Alle mal hier hin. Hopp. Hört auf, euch zu töten. Hier hin. Alle hier hin. Ah, da hinten kommt noch der Letzte. Keine Kills. Keine Kills. Keine Kills. Seid ihr Dullis denn? So. Fehlt noch der Skull Trooper. So, habt ihr jetzt alle? Wenn nicht, mach jetzt deine Kills, der sie noch nicht hat. Bleiben jetzt einfach hier stehen. Also wer seine Kills hat, soll die Kills jetzt machen. Ihr müsst doch schon mal lange die Aufgabe haben. Warte mal, ich stell die mal grad so laut. Äh, Sprachschät. Jetzt komm ich wieder nicht da hin. Zack, zack. Nummer 1. Nicht mehr stürmen. Nicht mehr stürmen. Nicht mehr stürmen. Habt ihr jetzt alle die Aufgabe? Äh, ja. Gott. 5. Äh, 2. 5. Ich hab's. Gut. Dann erstmal Gigi an alle. Und wir sind fertig. Siehste, Runde läuft auch schon. Und dann würde ich sagen, warst das auch schon mal in dem Video. Wie gesagt, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo dalassen. So einfach kann das halt hier ablaufen. Und dann würde ich sagen, haut rein.